Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 31.12.2021, dem letzten Tag in diesem 2021 logischerweise. Ja, es ist soweit. Ich habe es gestern angekündigt. Heute gibt es einen aktuellen Status zur Geek Talk Daily. Wie geht es weiter? Und zum Schluss dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber da greife ich schon fast zu fest vor. Zwar allererst der aktuelle Status. In den letzten Wochen ist es doch das eine oder andere Mal passiert, dass zum einen Folgen verspätet rausgekommen sind, weil die Technik gesponnen hat. Das habe ich, oder Holz anfassen sollte ich wieder im Griff haben. Das andere ist aber, dass die eine oder andere Folge nicht rausgespielt werden konnte, weil es einfach zeitlich und vor allem von der Energie, von der Gesundheitsgeschichte alles nicht geklappt hat. Ich hoffe, das wird sich im kommenden Jahr bessern und ja, somit schon der Spoiler gemacht. Ja, es geht weiter mit der Geek Talk Daily, aber gleichzeitig auch. Es kann sein, dass es noch den einen oder anderen Tag gibt, der nicht ausgespielt wird. Eben Gesundheit und vor allem auch durch mehr Aufwand, mehr Arbeit etc., die entstanden ist oder die zustande gekommen ist in den letzten Wochen und Monaten. Musste auch sein, aber das ging dann eben leider immer auf die Daily los, womit dann eben die eine oder andere Daily ausgefallen ist. Somit, ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht und weiterhin das Daily-Format fleissig weiterverfolgt. Ich würde mich freuen, wenn ich es wieder auf die normale Regelmässigkeit schaffen werde, sprich Montag bis Freitag jeweils um 4 Uhr das Ganze ausspielen kann. Ich kann euch nicht versprechen, ich werde aber so viel liefern, wie möglich ist. Das auf jeden Fall. Somit, ja, hoffe ich euch ein bisschen was mitgeben haben zu können. Super Deutsch wieder mal. Aber ja, es soll weiterhin Dailies geben. Das Ganze ist auch so jetzt aufgestellt, dass ich von zu Hause aus im schlimmsten Fall nochmals das Ganze machen kann. Sofern ich dann gar nicht mehr ins Büro komme etc. Ja, ein kleiner, kurzer Nachtrag an der Stelle oder besser eine kleine Info zu der Daily. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr hattet alle noch einen schönen Rutsch ins neue Jahr vor euch. Habt da was im besten Falle im kleinen Rahmen geplant für euch und geniesst das Ganze. Und ich hoffe, wir hören uns im kommenden Jahr wieder. In diesem Sinne, bis bald, euer Pugipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.